Hast du das irgend so mal, Alter? Ne? Am Anfang, okay. Warte, los geht's. Virtuelle Identität gegen analoge Identität. Analoge Identität! Mann, du bist ja ganz genau so geistig abweihlos wie deine virtuelle Identität. Was wir wollen ist, den Krieg der Identitäten abschaffen. Und es langweilt, dass wir die ganze Zeit in unserer eigenen Identität der permanenten möglichen Retusche ausgesetzt sind. Was wir wollen, ist die totale Konsequenz. Okay, ganz anders. Ganz anders. Pass auf. Wenn ich mir jetzt dein iPhone nehme, dann ist es gegen die Wand. Ne, 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 ne. Dann kannst du zwar deinen Film zurückspulen und löschen, aber das iPhone bleibt dann einfach trotzdem kaputt. Schau mal, was? Muss nicht unter dem Deckel, Mann. Du hast schon angefangen, oder was? Ja, also... Mann, du wirst dann genauso geistig abweihlos wie... Also, los geht's. Mann, du wirst dann genauso geistig abweihlos wie deine virtuelle Identitäten abschaffen. Ja, Mann, Mann, Mann. Ja, Mann, Mann. Dann hast du geistig abweihlos. Was? Du wirst dann auch... Wann ja? Wann ja, Mann. Untertitelung des ZDF, 2020